Wenn ich wie nicht Kommen sie mit rein? Drei Zwei EINZ AAAAAAA Can you feel it? Hello everybody sexy people Da draußen nochmal drinnen und in der hinteren Leitung Mein Name ist Redom Genie und wir spielen an erster Wechsel mit der Master 7 Hallo! Du wirst ganz genau so heute machen Richtig, ich habe es nämlich gerade in der Zeit von überhaupt nicht erwähnt Gehen wir schlafen Ja Moment, ich bin da unterwegs zu einem Bett hin Wissi, 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 wissi Ähm, falls jemand im Entstehen... Es lag bei mir Äh, bei mir, äh, tu Ich liebe Ah, okay Das ist Standard bei mir, ich muss das immer schreiben So, es ist Tag und wir machen heute den Ender Dragon und ich bin eigentlich bereit für alles Here we go Ja, ähm Dann rennen wir schnell zum Waypoint Endvorteil, würde ich sagen Juhu, achso, hast du diese, äh, hast du schon genug Ender Flashes? Ich habe, äh, Eier auf Ender 11 Das reicht, oder? Eins war denn Alter, wenn das jemand entdeckt hat, Alter, ich pisse, ich, äh, ich, äh, raste so aus Ja gut, hast du einen Pisten mit? Nein, bist du schnell ein Nein? Ja, aber dann haben wir keinen Pisten dabei, das ist ja auch scheiße Ja, wieso brauchen wir denn eigentlich? Haben das ja auf Ende abzuhören Ah, warte mal Ich habe einen Flugstab, warum laufe ich eigentlich zum Endportal, ne? Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall ist da Obsidian und so Hm Das könntest du aber schnell abbauen Vielleicht erst noch über Glück und erst noch Knack-No-Ride, das brauchen wir für ein Meteorik-Schild Und was ist, wenn da ein Creeper rauskommt, dann bin ich im Arsch Also Obsidian kommt kein Creeper raus Achso, das ist woanders, oder was? Ja, ich habe natürlich den Pisten vergessen, wer hat mir eigentlich einen Erdblock hier reingesetzt, oder war das ein Enderman? Hauptsache du sagst, ich bereite mir noch alles für die nächste Folge vor und dann kommt sowas Super Ich bin ein K.O. Das, wie, weil ich es du genauso benutzt Das ist richtig, ja Meine Zuschauer, ja Ich habe doch keine Zuschauer Ohohoho So, Eisen Schalter Diesen Obsidian Also Cobblestone Nö Aber Obsidian Hätte ich nicht, ja toll Aus Obsidian kann ich keine Pisten machen Und Cracked Sand Aus Cracked Sand kann ich auch keine Pisten machen Achso, ja dann baue Obsidian ab Ich, ja, ich, ich, ich bin, ich habe doch jetzt sicher irgendeinen Cobblestone gehabt, ich habe dann nochmal Cobblestone abgebaut Achja Alter Was denn? Ja, ich kann mir jetzt zumindest mal Holz holen Soll ich dir jetzt ernsthaft Cobblestone holen? Ich brauche genau fünf Stück Soll ich dir jetzt Cobblestone holen? Ich werde es mir ein wenig vorbeibringen Und das ist, das meinst du jetzt ernst? Also jetzt nicht so Spaß ohne, sondern du meinst du so richtig ernst? Außer ich habe immer in meinem Projekt Cobblestone drin Wie viel brauchst du? Fünf Ich gebe dir mehr Ein Pisten braucht genau fünf Cobblestone Okay Ich habe keinen Cobblestone Wie feinlich ist das? Es kann sein, dass ich dir alles geklaut habe Also ich dann beschwere, dass wir keinen haben, ne? Ja Bist du da? Ich bin da in der Sprechse Ja, da Ja Ach 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 Ach, hier bitte Ach gut Richard von Lee fiel runter Ja, das, das war, irgendwo bin ich am Fall schon gestorben Au Was ist? Okay Schalterding ist dabei Wir können los Gut, 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 gut Fliegen ist schöner Juhu Also bei deinem Spam würde mich nicht, dass deine Flugzeuge so schnell kaputt gehen Ja, jetzt ist übrigens schon wieder einer kaputt gegangen Aber ich habe eh so viel Komme ich eh nie nach Oh Gott, wer geht als Erster von uns ins End? Ich, ich So, wer hat sich da mit Erde eigentlich hochgestackt? Ich So weit hoch? Warum? Damit ich weiß, wo das war Ist ja kein Waypoint gesetzt Was ist denn da jetzt schon wieder? So Nö, habe ich keinen Bock gehabt Aaaaaaah Uuuu Uuuu Aua Uuuu Schadenstempeler Mehr electric stuffs Okay, warte mal Ähm Geh dir mal irgendwo hin, wo du Sachen aufsammeln kannst Hier Was gibt's, yo, mir denn da? Speed Drogen 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 Night Vision Wofür brauche ich Speed? Ich habe ja Speed Nein, du hast keine Tiefrüstung Aber ich bin auf Speed Warte Warte Okay Ähm Spitzhacke Check Zweiter Night Vision Trank brauche ich im Moment noch nicht Äh Briefplate muss unten rein Electric Staff hat eine Haltbarkeit von 36,900 Kann sie mal 3,996 Benutzungen Ist wenig Kommen sie mit rein? Drei Zwei Eins Ahhhh Oh my god Bei mir steht Downloadi Oh my god Ich werde einfach Oh my god Was war jetzt? Wir sind gespawn Ja schon, aber irgendwie es war Boah Irgendwie ganz komisch Auf der Seite müsst ihr rausgehen Kommen sie mit? Äh, auf die andere Seite man Ja schon, aber hier ist wahrscheinlich weniger Komm da Du weißt ja nicht überhaupt so Ach du hast eine effiziente Hacke Bisher Ich nehme erstmal Night Vision einmal Voll das Kling Oh Gott wir haben Blöcke vergessen Äh, ich hab Alter, voll So eine Idee Ähm, eine Frage Ja Ja Du hast das so intelligent und hast du gerade den Enderman angeschaut Kann sein, ja Ich bin jetzt erstmal schnell auf Speed Außerdem wir können hochfliegen, ne Ah ja Ja, aber dann, dann kriegen wir Schaden Lol, eine Herz, alter Ja Ein Star Piece Haha Meins What the fuck Wo ist es? Es ist weg Oh man Ja läuft Das ist hier oben, können wir jetzt, ne Es wurde die Teile auszuschalten, wie ich hier was gesehen habe Oh Ah Ich fress meine Lokéa auf den Kabel so viel davon Oh mein Gott Diese Leute, diese Teile greift mich an Uhhh Hilfe Enderman? Ja Hier ist irgendein LOL Hier ist ein Battletower Ah ja voll Ich tu den mal schnell weg, Portal Alter, das ist ein riesen Enderman A Starter oder wat? Ja voll Goll Alter und ist noch ein kleiner WAAA Ah, ist der Golem schon weg? Ja, den habe ich gerade wegteleportiert Haha Achso, da ist eh nur Kacke drin, oder? Ich habe das gerne schon rausgenommen Ja, danke Dann, dann gehe ich halt jetzt auch da rein und schaue Oh mein Gott Der Ender Dragon, der geht mich an Uhhh Oh, da können wir bitte jetzt nicht da herum battlen, sondern mal diesen Ender Dragon töten Danke Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Nur mehr vier Herzen Läuft Ich glaube, dann passt der Falsch an, verreckt Oh Gott Sind alle Sachen aus? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Nein Dahinten ist noch einer an Da hinten ist noch einer an Wie? Das kickst an Oder können die sich an den Enderman auch aufladen? Ich glaube Das ist Ich weiß nicht, was ich da jetzt abbaue, aber Aua Hier unten ist hier irgendwas, was ich nicht aufladen können in den Enderman Dann Bau nicht, ich komme da nicht drauf Aua Alter Schwede Lol hier schwach Enderman ist Lava und Schwemme? Wie random ist das hier? Okay, wir müssen Enderman jetzt irgendwo killen, wir können sich in diesen Enderman irgendwie aufladen Ah, in die, in die LOL Was ist? Einfach mal Goldbrücke in diesen Enderman drin sind Wart, dann gehe ich in den anderen rein Nicht den Schwamm abbauen, ne? Warum? Ich habe den Feuer abgebaut Ja schon, aber oben drüber ist Lava Oh Gott, es Ich werde sterben, aber doch nicht Ich werde sterben, dann doch nicht Ich dachte, ich kann ja nicht sterben, ich habe ja äh, Feuerfest Alter, wo ist meine OP-Goldäpfel, die muss ich da jetzt mal konsumieren Ich habe ja schon eingefallen, gemampft, ne? Ja Äh, du bist zu weit oben Ja, aber Da ist ja wirklich Lava drin Achtung YOLO Was machst du? Alter Bist du Völlig behindert Ahja Voll Oh mein Gott, du hast mich gerade so geflasht Ich würde sagen, auch los gehts los Ich habe das nicht gemacht Nein, es ist noch einer, es ist noch einer Fuck Och Gott Ja, dann kill das mal Ich gehe mal auf den blöden Ender Dragon Ach ja, hey, wieso schießt der 3 Pfeile, wie cool Äh, welches? Da ist noch eins Wie viel von den Pfeilen hat's denn? Wo lädt er sich denn jetzt schon wieder auf? Da Ah Ok, ich bin drin Darf ich sowas bitte auch mal abbauen? Danke Ich kann mir das natürlich auch machen Ach Gott Ok, jetzt stimmt der aber wirklich nichts mehr, wo er sich aufladen kann Hoffentlich Ach Du machst den schon dran Echt? Ein Bow macht immer Na gut, ich habe ja nur Power 1, glaube ich, Idiot So, wo ist denn der? Zack, es geht schon Bam Der hat gut bekommen gerade Zack Ich glaube, das ist easier als gedacht Das ist langweilig Naja, der kann nichts gegen unsere Power tun, außer er kommt mal zu uns Sag mal, gibt's ja auch hier diesen Klingelsound, wenn du triffst? Äh, ja, aber so einen komischen Ok, gut, dann treffe ich ihn doch, weil Boah, die XP können aber mir, gell? Wir kriegen die Beine Ja Boah, jetzt ruft mich wer an Ich merke Hast du noch ein paar mehr Pfeile? Dafür habe ich jetzt mal keine Zeit Sagen wir es mal so Für was? Für ein Gespräch Meine Schwester Die wohnt doch bei dir Ja, die ist ja nichts aus gerade Juhu, Level Level for life Ah, was war das? Alter Boom Wuii Nein Ich bin der alte Daumen Juhu 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 Yuhu Juhu notes D eternally 74 level läuft ja jetzt musst du aber wieder zu mir kommen da ist es laut so ist es okay wir haben uns so geeinigt du hast die erfahrung gekriegt ich nenne die erst anderen stellen wir in die stadt wenn schon ich kenne ein volltrottel der das anklickt ja was passiert wenn man das anklickt ja dann müssen wir sollte einbauen mit was denn mit glas und hinschreiben don't touch bei touch gibt es bahn oder sowas ja voll genau und ich tatsch es dann das loch auf der anderen seite das loch ja dass das rückbringer scheißteilt mir ist mir wurscht blöcke ja ich habe blöcke ich auch lala kommen sie mal ja und was soll ich jetzt mit dem reingehen nein sicher nicht sich töten ja eben also ist die nur 20 herzen also 20 jahren extra herz vor darf ich darauf drücken auf das alter hast du dabei ja ist aber schnell weg damit ich das einholen kann danke ich laufe ich laufe ich laufe der beinhard rein ja aber da habe ich jetzt absolut nichts dafür können nein du hast es eh nur gemacht dass ich rein fall ich hab es ach scheiße ich wollte es ab weg hier wohin eigentlich keine ahnung nach hause ach so tschüss äh bist du jetzt im rift ach ja dieses minecraft projekt war doch so schön nein ich bin im rift gelandet minecraft sagt's pool bdcraft tolle werbung gut das war's für oh der scheiße jetzt warte mal ich muss nicht zurückkommen mein rift entputzt dich gibt's ja nicht wie oft kann man anrufen gut das war minecraft heroes of exit für das projekt nein spaß ich denke in einem rift fest ich komme nicht mehr raus ich bin jetzt hier ich bin bei mir zu hause cool was ich bin nur mit zwei level lol ich glaube dass das wird besser wenn ich das reconnecte i think lol ich komme einfach nicht mehr raus bis dem rift ich habe wirklich nur mit zwei level ich gehe jetzt mal kurz raus und schau nochmal so ein scheiß ich komme jetzt mal im rift nicht mehr raus die behindert ja das ist arsch selber schuld selber schuld ganz ehrlich ne das überspringen wir mal schnell so ich habe noch clear glass in meiner buge clear glass ich muss hier ich muss nur einen mob finden gerade mal wieso ja weil ich dann nämlich mehr level habe plötzlich glaube ich aber ich habe einen erfahrungspropel eingesammelt und habe genauso wenig level wie vorher echt ich habe das gefühl das lag am rift oh mein gott ich habe wirklich keine 70 level mehr gibt es auch man das kann man aus dem selben alles machen bieten ja bieten mehr cool altar of light dann schaut doch cool aus kann man damit irgendwie auch schieselt bieten machen oder so schieselt bieten ja keine ahnung einfach mal den altar of salt auf jeden Fall sage ich einfach mal das war's für meine Folge keine Ahnung was du machst bleibt mir so munter bis zum nächsten Mal und ciao mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.